Dr. Fox erzählt Unsinn. Das ist Kevin. Kevin ist 22 Jahre alt und studiert Online-Medien an der Hochschule Furtwang. Kevin ist dafür bekannt, dass er seine Aufgaben gerne aufschiebt. Jetzt steht Kevin vor einem Problem, denn er muss sich bis morgen auf einen Vortrag vorbereiten. Das empfohlene Buch kann er aber nicht mehr in der Bibliothek ausleihen und das Internet liefert keine nützlichen Informationen. Er muss sich etwas einfallen lassen. Hier kommt Kevins Mitbewohner Max ins Spiel. Max ist ein Streber, den man immer um Rat fragen kann. Max erinnert sich an einen alten Versuch, der Kevin eine Hilfe sein könnte. Max erzählt Kevin vom Dr. Fox-Versuch. 1973 stellten sich drei Professoren verschiedener Fachbereiche in Südkalifornien eine Frage. Kann man mit sinnfreiem Inhalt, aber einer guten Vortragstechnik Experten beeindrucken? Um diese Frage zu klären, übten die Professoren mit einem Schauspieler einen sinnfreien und inhaltsleeren Vortragstext über Spieltheorien. Wichtig war dabei, dass der Schauspieler keinerlei sinnhafte Inhalte vermittelte. Der Schauspieler trat als Fachmann unter dem Namen Dr. Fox auf und hielt den Vortrag vor den Experten. Dr. Fox hielt seinen Vortrag emotional, eloquent und erzeugte durch Formulierungen eine Struktur, die nicht vorhanden war. Völlig gefesselt hörten die Experten Dr. Fox eine Stunde lang zu. Selbst während der Beantwortung von Fragen aus dem Publikum überzeugte Dr. Fox die Experten. Er konnte mangelndes Wissen verschleiern, indem er auf andere Publikationen verwies und den Fragen geschickt auswich. Dr. Fox überzeugte durch Sprachgewandtheit, gepflegtes Äußeres und sympathisches Auftreten. Damit war die Frage der drei Professoren geklärt. Man kann sogar Fachexperten mit einer perfekten Vortragstechnik beeindrucken. Aber wieder zurück zu Kevin. Kevin will sich nun an Dr. Fox ein Beispiel nehmen. Vielleicht kann er seinen Vortrag damit noch retten und seine fachliche Ahnungslosigkeit überspielen. Der Stichtag war da und Kevin musste vortragen. Und siehe da, auch er konnte durch Sprachgewandtheit, Aussehen und sympathisches Auftreten seine Kommilitonen überraschen. Nur der Dozent lässt sich nicht so leicht beeindrucken. Ihm hat die Vortragstechnik gefallen. Aber das nächste Mal hätte der Dozent gerne mehr sinnvollen Inhalt in Kevins Vortrag. Wenn sich Kevin daran hält und seine gute Vortragstechnik mit sinnvollen Inhalten kombiniert, ist ihm nächstes Mal eine gute Bewertung sicher. Wenn bei dir der nächste Vortrag ansteht, mach dir nicht nur Gedanken über den Inhalt. Denn fast genauso wichtig ist, wie du präsentierst. Also, denk immer an den guten alten Dr. Fox. Das war die Vortragstechnik. Das war die Vortragstechnik. Das war die Vortragstechnik. Das war die Vortragstechnik.